Moin Leute und willkommen zurück. Wir sind mal wieder bei den Hangar Games bzw. Survival Games und diesmal bei Quick Survival Games zum Start. Ich bin ganz mal gespannt, was wir hier gleich kriegen. Oh Scheiße. Ich werde gucken, dass wir uns hier ganz schnell anziehen. So, wo ist denn der erste Spieler? Ja, muss ein bisschen Konkurrenz ausschreiben. Hoffentlich hat er kein Schwert, hoffentlich hat er kein Schwert. Den da will ich kriegen. Ah, verflucht, der ist einfach ein Stückchen vor mir. Das kann doch nicht sein, dass er noch so viel Leben hat. Oh, endlich. Oh, wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Ah. Ach shit, ich möchte mal, ich gerne gerade mal ein Inventar sortieren, aber wo? Aber wo, aber wo, aber wo? Im besten in irgendeinem Haus. So, das weg, das anziehen. Eine Hose haben wir auch. Immer noch kein vernünftiges Schwert. Und nicht wirklich viel zu essen. Die Kiste ist leer, die Kiste ist auch leer. Wir haben jetzt zumindest schon mal zwei Kills. Kann nicht mal so ein schlechter anfangen. Den kriegen wir auch noch, den kriegen wir auch noch. Ja, nice. Ach shit, wir müssen mal hier ein bisschen... Was war das denn gerade? Also hat sich mein Fenster ein bisschen verschoben. Da kommt wer. Ja. No way. No way. No way. Shit. War eine gute Runde. Wir sind Zweiter geworden. Und er hatte noch anderthalb Leben. Ah. Ja gut, dann sehen wir uns gleich bei der zweiten Runde wieder. Bis denn. So, willkommen zurück zur zweiten Runde. Und jetzt nur noch mal zusehen, dass wir Erster werden. Mal gucken, ob das auch klappt. Also mal anziehen. Ich glaube, die haben gleich viel. Ja, die haben gleich viel. Gut. Dann gehen wir jetzt mal... Wo gehen wir hin? Da vorne ins Wasser. Beziehungsweise da hinten. Weil ich weiß, dass es da runter geht. Gucken. Genau hier. Dann da rein. So, folgt keiner. Perfekt. Jo, was ist das denn? Was ist... Das seht ihr da auch gerade, ne? Ah Gott, jetzt ist er da raus. Mein Gott. Das war jetzt wirklich einfach nur ein Bug. Oder... Hat einer richtig Spaß mit dem Programm. So, das hat unsere Gerüstung ein bisschen ergänzt. Jetzt noch nicht die Meisterrüstung, aber zumindest ein bisschen was mehr an Schutz. Das ist... Okay. Konnt das auf... Ah, jetzt auf zwei. Das kommt alles weit weg. Na, obwohl ich glaube, die Kettenrüstung hat mehr Schutz. Da ist jetzt nichts. Gucken wir gerade noch links. Da ist zumindest noch eine Kiste mindestens. Ich glaube sogar zwei. Ja, da hinten ist ja auch. Das kommt alles ins Inventar. Dann tauschen wir die beiden Sachen gerade noch aus. Oh Gott, hinter mir ist keiner. Das kann noch weg. Das kann dafür da hin. Dann gehen wir wieder nach oben. Bei dem Einkill will ich es jetzt eigentlich nicht lassen. Na, dauert ein bisschen. Schade, ich habe noch kein Kompass. Jetzt hätten wir die nächsten Spieler jetzt schon auswendig machen können. Wir können ja mal hier unten gucken. Wir hier noch die ein oder andere Kiste haben, die noch nicht geleert ist. Sieht ja nicht wirklich da noch aus. Da hinten ist einer. Mensch, da sind die heute alle wenig gequippt. Das ist vielleicht noch ein bisschen mehr TNT für mich. Oh, eine Eisenrüstung. Das haben wir gar nicht. Dann packen wir das noch da. Na, TNT hat er jetzt nicht mehr für uns. Ich könnte gucken. Na, es ist alles nur noch Schrott, was der hatte. Schade, schade. Weil das mit denen im Deathmatch, glaube ich, auch ganz lustig gewesen wäre. Klasse, hier kommt man nicht so raus. Dann dann schon mal jetzt hier lang. Vielleicht finden wir ja noch eine schöne Kiste. Oder zumindest ein anderer Mitspieler. Das ist leer. Vielleicht ja da hinten. Da ist nix. Na. Jetzt kommen hier die... Die Sachen noch nicht mal mehr hoch. Ja, es ist in Ordnung. Ich muss futtern. Die Heiltränke, wenn nicht, eh. Meistens nicht an. Das ist schon ein bisschen was bei denen wir dabei haben eigentlich. Komm, passen die mal noch mit. Das ist hier. Vor allem ist noch eine Kiste. Ah, die müsste doch eigentlich schon gebläht haben. Oder nicht? Genau. Die ist schon leer. Ich gehe mal da vorne mal über die Brücke und gucken mal, dass wir den jetzt finden, den Spieler. Ne, gut. Ich dachte, wir werden ja geschlagen. Mhm. Wo soll der jetzt sein? Da vorne haben wir denn ein Holzschwert. Das heißt, wir haben sogar eine Chance gegen ihn. Immer mit dem dämlichen Diamantenschwert. Wir haben definitiv keine Pfeile mehr. Und wir werden ange... Ah, shit. Da mischt sich noch mindestens einer ein. Ja, aber da wird es auch verkloppt. Ich kann Pfeile mehr. Nee, nichts mehr. Mensch, ich will den jetzt nicht so weit laufen lassen. Ich weiß, dass sein Leben sich noch regeneriert. Das ist auch keine Angeln oder sowas. So, jetzt mal da was futtern. So, Eintrank nutze ich schon mal. Das würde ich nicht ganz verschwenden. Hier ist so viel Schrott drin. Im Inventar. Das ist unglaublich, was für einen Mist wir aufgesammelt haben mittlerweile. So, eine Angeln haben wir, aber... Die werde ich dann bestimmt auch nicht nutzen. Oh, das Deathmatch geht schon los. Mit drei Leuten. Okay. Jetzt nur noch mit zweien. Das heißt, unseren alten Platz können wir gerecht werden. Das ist ja auch schon mal was. Jetzt können wir noch austauschen. Und der Rest... Der bleibt so. Ah, shit. Oh, was für ein Fail. Was für ein Fail. Nein. Hat er von seiner Seite aus super gemacht. Kann man ihn nicht absprechen. Oh. Oh. Ja, zum Schluss mal richtig fertig gemacht worden. Ja, aber zumindest drei Kits geholt. War jetzt nicht die beste Runde. Aber ich hoffe, ganz unterhaltsam. Wenn es euch doch noch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Waren heute jetzt nicht so die brillantesten zwei Runden. Mal gucken, wie es morgen wird. Schaltet dann wieder ein. Ansonsten, ich habe auch noch andere Videos online, wie Dying Light oder H1Z1. Schaut euch auch immer ganz gerne an, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten, bis denn, haut rein. Ciao.